Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale und heute starten wir mal mit einem ganz speziellen Video rein und zwar machen wir heute die so schnell wie möglich feuern lassen Challenge. Das ist mal ganz was anderes, hat man auf meinem Kanal so noch gar nicht gesehen, aber ich habe mir gedacht, das ist einfach mal eine coole Sache und einfach mal zu gucken, wie schnell schafft man es eigentlich in FIFA 20 von seinem Verein gefeuert zu werden. Ich habe mir dafür jetzt mal RB Leipzig ausgesucht und dann gucken wir mal, wie schnell wir RB Leipzig in den Ruin treiben und wie schnell wir halt gefeuert werden. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das jetzt angehen werde. Ich denke mal, es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass wir die Spieler erstmal ein paar verkaufen natürlich und dann horrende Summen für irgendwelche Nullmannsspielern raushauen. Und dann natürlich auch die Taktik wahrscheinlich ein bisschen verändern, sodass wir halt sehr schlecht sind und am besten natürlich auch nochmal gucken, was überhaupt die Ziele sind, dass wir die auch schön verdinsen. Ja, also Nachwuchsentwicklung wird halt da nicht so groß geschrieben in dem Fall von uns. Darauf haben wir keinen Einfluss im Endeffekt, deswegen können wir da nicht viel machen. Nach dem Finanzen ist natürlich RB Leipzig egal. Gut, da werden wir natürlich versuchen, dass wir in der Bundesliga schlechter abschneiden und DFB-Burkart auch so früh wie möglich rausfliegen. Und UEFA Champions League Viertelfinale erreichen. Ich habe mir gerade überlegt, ich muss die Spieler ja theoretisch gesehen nicht mal verkaufen. Ich kann die ja eigentlich alle abstoßen. Ja, gut, dann sehen wir uns wieder, wenn ich mal so viele Spieler wie möglich abgestoßen habe. Okay, wir stoßen hier gerade auf ein kleines Problem. Und zwar, wie man hier sieht, Ich kann ihn leider nicht freigeben, weil ich schon so viele Spieler freigehabe. Gut, das heißt, wir müssen sie halt dann doch herkömmlich verkaufen. Dann sehen wir uns halt dann wieder, wenn ich sie alle auf die Transferliste gesetzt habe. So, ich habe jetzt auch schon die ganzen Spieler auf die Transferliste gesetzt. Und wir haben jetzt ein Leihangebot, schon das erste, was wir im Endeffekt auch annehmen können. Eigentlich macht er ja natürlich auch, ob wir jetzt Spieler verkaufen oder verleihen. Solange sie nicht mehr bei uns sind, ist alles gut. Man merkt auch hier, ich habe ein paar Nachrichten von Spielern, die nicht so ganz verstehen, warum ich sie jetzt alle verkaufen will. Naja, wir gucken einfach mal, was das gibt. So, für uns steht jetzt hier das erste Spiel an, im Vorbereitungsturnier gegen Atlanta. Natürlich spielen wir nicht mit der Aufstellung, das ist ja klar. Da wird erst erstmal hier schön umgestellt. Ach, da gibt es aber noch einen besseren. Wunderbar. Ja, auf jeden Fall wird da jetzt alles in allem so das Schlechteste natürlich hingestellt, was geht. Nein, warum nicht? Wir können es. Halt. Dann gibt es für mich da keinen Grund, das jetzt nicht zu tun. Und diese Mannschaft einfach sehr zu verunstalten. Man merkt schon, das ist ein super Team, was ich hier zusammenstelle. So, du kommst auch nochmal mit. Du gehst dafür noch rein. Du kannst eigentlich für Konya entsturmen. Warum eigentlich nicht? Du kannst Rechtsverteidiger machen. Und du spielst Linksverteidiger. Wunderbar. Da haben wir ein tolles Team zusammengestellt. Eigentlich spielen die mir fast noch ein bisschen zu sehr auf ihren Positionen, wenn ich das ehrlich sehe. Das wollte ich jetzt nicht machen, sondern den wollte ich machen. Dann noch das hier. Ich würde sagen so noch. Tor können wir eigentlich mal ein bisschen hier der kleinste. Ich möchte keine kleinen Spieler, ne? Holy shit. Ja, dann geht halt der gute Lookman ins Tor. Ja. Tipptopp. Dann schauen wir mal rein in das Spiel gegen Atlanta. Und gucken wir mal, was es das gibt hier. 3-0. Oh, wen hätt's gewundert. Wir verlieren unser erstes Spiel sehr eindeutig. So, nach unserer ersten Niederlage haben wir jetzt hier auch schon die zwei ersten Transferangebote für Orban. Und für Klostermann. Und für Imwogo. Das haben wir ja schon angenommen. Oh, wir haben noch ein Nei-Angebot für ihn. Okay, dann verleihen wir ihn natürlich. Und da steht jetzt auch schon das nächste Spiel gegen die AS Roman. Wird natürlich auch simuliert. Gucken wir mal, wie hoch wir da verlieren. Wieder 3-0. Und wir haben den ersten Verletzten. Das läuft doch hervorragend, würde ich sagen. Aber immer noch Manager-Rating von 80. Also scheint er bei Leipzig noch nicht so ganz schlecht zu sehen, dass wir hier bisher alles verlieren. Aber ey, 4-0. Also man merkt schon. Aber es passiert immer noch nichts am Manager-Rating. Also ich hätte gedacht, dass du jetzt das Vorbereitungsstück hier so ein bisschen damit reinspielt. Aber bisher passiert da nicht so viel. So, werden die auch noch verkauft. Pausen wird natürlich auch weggegeben. Den braucht keiner. Orban braucht auch keiner. Alle weg. Ja, Sabitzer. Der Nächste. Zu Real Madrid. Also wir verkaufen zum Ende einfach das komplette Team. Und dann werde ich ein paar sehr schlechte Spieler für sehr wenig, äh sehr wenig, sehr viel Geld verpflichten. Um dann halt auch noch, ich weiß nicht, ob man damit die Vereinschefs hier in FIFA auch noch ein bisschen nerven kann. Wenn man sehr, sehr viel für einen Spieler bezahlt, der nicht so viel wert ist. Ja, wir werden es sehen. Leider interessiert das finanzielle RB Leipzig in FIFA halt gar nicht. Deswegen müssen wir mal gucken, wie das sich so abspielt. Aber, ey, ich denke, das wird schon. Von Meccano. Alle weg. Ja, kann weg. Kann weg. Ist irgendwie lustig, einfach gerade alles anzunehmen. Wurde so sinnlich. Und die alle zu verkaufen für solche Preise. Was ich mir gerade überlege. Du kannst das ja wahrscheinlich so weit ziehen, bis du keine Spieler mehr hast. Oder fast keine mehr, deswegen gar nicht mehr antreten kannst. Ich weiß ja gar nicht. Irgendwie ist es ja cheaten, wenn ich jetzt einfach gar nicht mehr antrete und die Mannschaft halt einfach nicht antritt. Irgendwie ist es natürlich aber auch das, was am schnellsten geht. Weil mein Manager-Rating ist gerade eins hochgegangen. Weil du dadurch ja noch schneller im Endeffekt es schaffst, dass die alle wütend auf dich sind. Denn, was ich auch gedacht habe, Pressekonferenz können wir ja mal machen und die Spieler mal ein bisschen vergrauen. Das sind wir. Ich habe jetzt nicht viel geändert. Das ist einfach das Standardmodell. So hier. Zack, zack, zack. Okay, ich habe hier nichts Negatives. Das ist ein bisschen traurig. Wieder nichts. Also das verstehe ich manchmal nicht. Warum hat man da nichts Negatives, wenn ich was Negatives sagen will? Aber gut, dann müssen wir klarkommen. Jetzt erstes Spiel gegen Union Berlin. In der Liga. Normalerweise ein Spiel, was RB Leipzig locker gewinnen müsste. Wir verlieren 6-0 gegen Union Berlin. Und ich habe noch nicht mal die Taktik. Oh, ich bin vielleicht gerade auffallen. Ich habe gerade die Taktik noch gar nicht umgestellt. Das wäre noch eine Sache, die ich vielleicht noch angehen sollte bis zum nächsten Spiel. Dass ich nochmal die Taktik ein bisschen umstelle. Bisschen auf Einser-Kette oder was umschalte. Dass wir einfach noch mehr Tore kassieren. Weil, ist ja klar, sie muss sein, so schnell wie möglich gefeuert zu werden. Und dafür sollte man wahrscheinlich gucken, dass man auch eine sehr bescheuerte Taktik währt. So, dann stellen wir mal, wie viele Spiele haben wir eigentlich noch? Ja, guck, wir haben jetzt schon nur noch die Auswechselbank in unseren Hauptkader. Erstmal Aufstellung, würde ich sagen. Machen wir einfach mal so. Und dann machen wir das jetzt halt so. Irgendwie so. Wie das aussieht, Alter. Wenn das mal einer in echt spielen würde, wäre es halt zu geil. Okay, warte, wir machen das noch so. So. Klingt nach einer richtig geilen Taktik, oder Jungs? Also, wenn wir damit nicht richtig auf den Sack bekommen. Ich würde sagen, ständiger Druck, dass die immer noch schön kaputt sind. Dann schön in die Breite, weil dann haben wir ja uns schön offensiv. Offensivstil, würde ich sagen, ist langer Ball. Defensiv, würde ich sagen, auch gut Breite. Ne, also Angriff hier. Da würde ich sagen, nicht so viel Breite, weil das ist alles, was wir haben. Spieler im Strafraum, absolut alle. Ecken auf absolut alle. Dass wir richtig schön ausgekontert werden. Hier kann man eigentlich nochmal vornbleiben, 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 mit Angreif, mit Angreifen. So, wir haben jetzt halt im Endeffekt keinen Defensivspieler mehr, sondern halt wirklich absolut alles, was offensiv spielt. Was ich jetzt noch machen wollen würde, ist, dass ich hier den Keeper in den Sturm setze, weil wir können es ja. Und da starten wir einfach mal rein gegen Frankfurt mit einer ganz neuen Taktik. Also, ich hoffe jetzt auf zweistellig. 0-4-0? Frankfurt, bitteschön. Also, es muss ja möglich sein, gegen das Team zu gewinnen. Ähm, unser Manager-Rating ist halt immer noch 80. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also, jetzt starten wir mal rein gegen Gladbach, aber... Nächste Niederlage. Manager-Rating bleibt halt 80. Ich bin grad so ein bisschen verwirrt. Was ich mir jetzt grad überlegt hab, wir verpflichten jetzt einfach mal... Heidi? Haben die irgendeinen Spieler, den ich verpflichten kann? Jawoll. Du siehst top aus. Der wird jetzt verpflichtet. Ähm, einfach damit für nochmal. Bisschen den Flex raushauen hier. Äh, ach, verdammte Scheiße so. Das Glück, das ist wieder mein Glück. Ähm, dann noch ein neues Land. Hier, Indien. Gucken wir mal, wie wir da so finden. Okay, das sind alle freie Spieler. Das lohnt sich nicht. Da kann ich ja kein Geld... Äh, kein Geld... Mit, ähm, für raushauen. Deswegen hat das gewisse Etwas sehr schön, hat das gewisse Etwas und ist dann bald der teuerste Transfer, den die Welt jemals gesehen hat. Klingt nach einem super Plan. So, wunderbar, Kauf vorschlagen. Ähm, Neymar waren 220 Millionen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt haben. Ja, das dürfte reichen, um den Neymar-Transfer in den Schatten zu stellen. 300.000... äh, 300.000... 300 Millionen. Juhu. Wird natürlich angenommen. Geile Sache. Ich denke, wenn sowas in echt passieren würde, würde sich auch jeder denken, so, was ist denn jetzt passiert? Aber, logischerweise wird das nicht passieren. Er ist Schlüsselspieler natürlich. Guckt ihn euch an. Reichster Mann der Welt. Reichster, teuerster Fußballer aller Zeiten. Ja, zwei Jahre, passt schon. Lohnt sich voll den für das Preis. Freigabe ist wohl 23 Millionen. Einfach für einen Flex, dass mir ein Verein ein Spieler abkaufen kann. Für 23 Millionen machen wir das. Ach, komm. Was soll denn der Geiz hier? Also, 200.000 kriegst du angehalten. Hier, da, nochmal zwei Millionen. Ich weiß gar nicht, was mit ihm los ist. Wir verpflichten ihn hier als teuersten Spieler. Und das Einzige, was er will, ist, ähm, gar nichts so ziemlich. Also, das ist so ein bisschen dumm für ihn. Puh, er ist ja gar nicht mal so scheiße. Gut, er wird halt niemals spielen. Weil ich kann ihn schlecht spielen lassen, weil dann ist er das Team zu gut. Wir wollen ja so hoch verlieren wie möglich. Boah, das muss auch lustig sein. Hier die Transferanzeige, wie das aussieht. Ein Spieler gekauft, alles sonst verkauft. Wo sind wir denn? Komm schon da. Sieht top aus. Ähm, ja, äh, ich glaube, davon muss man jetzt nicht mal ganz so viel sagen. Mhm. Sehr schöne Transferperiode auf jeden Fall für uns. Leider konnten wir nicht noch mehr Spieler verkaufen. Das heißt, wir können jedes Spiel bisher noch spielen. Was ich ein bisschen blöd finde. Aber naja, da müssen wir jetzt durch. Gucken wir mal, jetzt ist das Transfer-Advents dann endlich langsamer vorbei. Ich finde, das zieht sich immer die letzten zehn Minuten da. Also, das sind ja zehn Stunden, aber gut. Ähm, ich finde, das zieht sich halt immer hart. Und von daher, ich finde, das ist ein bisschen langweilig. Transferangebot für Kampel wird natürlich angenommen. Was soll der Geiz? Raus mit ihm. Gut, Kampel haben wir verkauft. Tipptopp. Dann starten wir jetzt rein gegen Bayern. Also gegen Bayern hoffe ich ja wirklich, dass wir richtig aufs Maul bekommen. Weil das ist eigentlich das logischste Jahr. 5-0. Wobei ich es immer noch krass finde, dass wir gar nicht so hart auf die Schnauze fliegen. Also, 5-0. Gut, wir haben jetzt gegen Union. Und krass, dass wir gegen Union 6-0 verlieren, was unsere höchste Niederlage ist. Und danach eigentlich weniger hoch. Irgendwie komisch. Ja, ja, Haidara, wäre bestimmt besser gelaufen. Ich glaube nicht. Aha, unser Manager-Rating ist jetzt schon mal auf 72 runter. Das ist doch schon mal was. Ich hätte jetzt echt gefeifelt, wenn wir das Spiel plötzlich gewonnen hätten. Ich hatte gerade irgendwie das Gefühl, wir könnten das gewinnen. Aber das wäre vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Fuck, ich wollte was Negatives machen. Verdammte Scheiße, Mann. Naja, wir müssen jetzt mit Lähmen, dass wir eben ein bisschen Hoffnung gemacht haben. Acuna, das Angebot nehmen wir natürlich an. Wir wollen ja die Spieler loswerden. Und jetzt gehen wir weiter gegen Bremen. Das nächste Spiel. Wir gucken, ob wir es schaffen. 4-0 wieder. Aber immer noch ein verdammt gutes Manager-Rating dafür, dass wir bisher jedes Spiel verloren haben. Und zwar jedes Spiel eigentlich 3-0, 4-0, 5-0, 6-0. So, jetzt ist unser Manager-Rating im bösen Bereich. So langsam wird es eng. Gucken wir mal, wie lange wir es geschafft haben. Also hier hat es ja angefangen mit uns. Im Juli am 1. Und wir haben einen Monat überlebt. Wir haben zwei Monate überlebt. Fast drei Monate haben wir jetzt. Das wird eng. Also wir könnten es schaffen. Also ich denke, wir werden vor vier Monaten gefeuert. Also bevor wir die Vier-Monats-Grenze erreicht haben, denke ich, dass wir gefeuert sind. Starten wir mal rein gegen OL. Also Olympique Lyon wieder 4-0. Also für den Fazit-Spiel gefühlt 4-0. Aber Manager-Rating sollte jetzt immer weiter runtergehen. Und vielleicht schaffen wir es dann, dass wir nach drei Monaten, dreieinhalb Monaten oder sowas gefeuert werden. Gucken wir mal, was Leverkusen uns antut. Nur 2-0. Leverkusen ist gnädig. Leverkusen ist sehr gnädig. Aber Manager-Rating geht bisher noch nicht weiter runter. Ich finde es gerade krass, wie lange wir aushalten. In echt wäre jeder Trainer, der seit vier Monaten kein Spiel mehr gewinnt mit einer Mannschaft, die normalerweise um die Champions League mitspielt, safe gefeuert. Von daher finde ich es jetzt krass, dass wir so lange überleben. Aber wir haben schon auf 60 ein Reform-Spiel gedroppt. Jetzt auf 56. Uff. Also ich denke, so ab 50 wird es kritisch, dass wir die ersten Nachrichten kriegen von wegen Leistungsbesprechung anberauend. Und dass wir dann auch sehr bald gefeuert werden dürften. Es würde mich sehr wundern, wenn wir jetzt noch sehr lange überleben. Bin ich ganz ehrlich. Aber wir haben jetzt ja fast noch den nächsten Monat geschafft. Was ich schon ein bisschen krass finde. Dass wir das so lange überleben. Ich meine, wir sind absolut Letzter mit null Punkten aus acht Spielen. Und wir sind halt immer noch Trainer. So, 46. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo es ganz, ganz kritisch wird. Besprechungen beziehungsweise Leistungen. Jetzt wird es kritisch. Ich warte jetzt hier gerade nur darauf, dass die Entlassung kommt. Ich denke, spätestens nach diesem Spiel sind wir entlassen. Es würde mich sehr wundern, wenn wir das nicht wären. Gucken wir mal, was wir jetzt geschafft haben. Es ist jetzt im Oktober. Wir haben im Juli angefangen, genau. Juli, kompletter Juli, einen Monat, kompletter August, zweiter Monat, September, dritter Monat und Oktober. Genau vier Monate sind das. Beziehungsweise drei Monate und einen Tag. Wenn wir jetzt aber nach dem Spiel gefeuert werden, sind es genau vier Monate so ziemlich. Und wir sind nicht gefeuert. Ich verstehe es nicht. Könnt ihr uns jetzt bitte mal feuern? Wir möchten hier so schnell wie möglich gefeuert werden. Und was passiert? Wir werden verdammt nochmal nicht gefeuert. Sowas gegen Mainz. Wir haben jetzt den dritten, den vierten, den fünften, den sechsten. Wir sind immer noch nicht gefeuert. Was geht denn hier ab? Wir gehen hier bald auf fünf Monate zu. Ich dachte, wir sind nach drei Monaten gefeuert, aber nein. Vier Monate haben wir schon und wir sind jetzt schon fast bei viereinhalb bald. Und immer noch. Sag mal, ich möchte jetzt verdammt nochmal gefeuert werden. Es passiert aber einfach nicht. Es passiert einfach nicht. Immer noch nicht. 41er Manager Rating. Ich bin nicht gefeuert. Ich bin fassungslos. Ah, da ist die Entlassung. Wir haben es geschafft am 18.11. Heißt also, vier Monate und 18 Tage hat es gebraucht, bis wir endlich gefeuert wurden. Ich denke, ich kann mir vorstellen, dass das noch besser und schneller geht. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann lasst mir auf jeden Fall da ein Like und einen Kommentar da. Dann kann ich auf jeden Fall gerne nochmal einen zweiten Versuch starten und zu gucken, ob wir das noch ein bisschen schneller einkriegen als das. Weil ich glaube schon, dass vier Monate und 18 Tage überbiegbar sind. Aber naja. Wir wurden auf jeden Fall am 18.11. jetzt gefeuert. Von daher. Naja. Muss man mit leben. Aber damit ist das Video auch hier zu Ende. Wir sehen uns dann beim nächsten Video hier in der Fußballzentrale. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ciao. Bis zum nächsten Mal hier in der Fußballzentrale.